das ist nichts besonderes woher weißt du das jetzt? ich trinke mal bürchen und sitzen das sieht genauso aus wie letztens mach doch Allrad an, Hauke! die wippe und und schön schön alter guck doch mal, wer soll denn hier durchfahren? die ganze Strecke? alter ey ne hier! da war gerade eben so ein Wind hier vorne? alter lass mal da gucken da kann doch keine ATV durchfahren muss ja platt machen aber hier geht oh ja, sportlich kann man machen wo Thomas, wo bist du? brauchen jemanden, der dauer durchfährt alter alter da kann man nicht langfahren aber da rüber können wir seht doch mal wie die Strecke präpariert wird ist der auch herzwochenende hier? ich sehe seinen Aufkleber ja nicht so wird die Strecke gemacht der macht extra locker jetzt, dass alle stecken bleiben guck mal, jetzt macht er wieder rennen die haben da jetzt 30 euro rausgekommen deswegen machen sie das jetzt so macht es so, dass keiner mehr durchkommt alle außen stehen bleiben aber da vorne in der Mitte kann da keiner durch heftig, heftig mal wissen wie tief das ist ja ein richtig fetter Schlamm vor allen Dingen wie willst du da rauskommen? da kann ja nur einer du kannst ja nicht mal einen Baum festmachen da muss einer rin kommen und dich rausziehen bis die Touristenfahrt kommt ja super ja wir haben schon was bei überlegen oder du wartest bis die Touristenfahrt kommt ja 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 Leute, jetzt seht ihr mal so wird die Strecke präpariert und wenn ihr denn hier seid könnt ihr ruhig volle Kanne durchfahren kein Problem oh man jetzt achtet aber auf das Loch da vorne gut ok wir melden uns später zu so adieu adieu neuer Stiff ok gut jetzt könnte ich auch noch schaffen ok ich frage mich bloß wer ihn jetzt rauszieht haha ja das ist ein Böse ja da hat er noch vorgekommen alter haha die Welle hier haha haha was was haha 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 alle Max ja so siehts aus wenn Max äh ne also ist spannend aber er braucht Hilfe kommst du nie hoch ne ne sei da kommst du nie im Leben hoch ne mal gucken ob ich nochmal zurückkomme aber ich glaube es auch nicht ich glaube es auch nicht lass uns lieber dich da rausholen ja ja kommt ja gerade ja ist schon unterwegs die erste boah ja 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 online 9.1 ja du kennst dich bestimmt damit aus ich weiß nicht wie die Wende funktioniert ne ja recht easy ja ja aber dann lass doch Jens erstmal ne er wartet ja auf den zweiten kannst du dich auch entringen irgendwo ja keine ahne ok so Jens ist mal wieder der Lebenswetter hier und hängt der dran wie eine Fahne ne 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 weil wenn morgen alle fahren ein bisschen der Staub fällt ja definitiv ja da hast du kein Puffer noch zu sagen da hast du nur noch Samstag wuuhuuu scheiße vor allem Barfuß Wollten mir meine Schuhe wieder herrschmeißen Warte! Vorsicht! Pass auf gut, könnte es sein, dass du Sandenschen machst. Pass auf gut, könnte es sein, dass du Sandenschen machst. Gefühle Ziel. Ich hab's noch da drauf. Ich muss da mal gleich Gas geben, sonst fängt es ab. Und da die Karre. Ich hab's noch da drauf. Ich hab's noch da drauf. Ich hab's noch da drauf. Mal Kommentar zu Max? Max, reicht. Also rein in der Theorie, müsste ich ja von da durchfahren. Ja. Und so lange wie noch einer hier ist, macht das jetzt auch. Ja. Du wirst ja hin nass. Wir schwingen ja. Mach mal ruhig. Ja ja, sonst könnte ich vorne über. Ja. Du, was meinst du, was uns alles schon passiert ist? Auch wenn wir schon lange hier sind. Es ist immer wieder was anderes. Pass auf, Alter. Geh langsam. Boah, ist extrem steil, Alter. Ja. Ja. Ohhhhh. Ich dachte, das wäre er. Ja, mach dich hoch. Hahaha. Da ist heftig die Stelle. Ja. Aber ja, guck mal, er hat echt ein Plan, wie der man das macht. Ja. 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 Ach, Max, ey. Am ersten Tag. Heute ist übrigens Freitag. Ja, guck mal so. Donnerstag. Donnerstag ist heute. Weißt du, wo wir am Main ist? Nein. Da will ich nicht mehr ran. Da will ich nicht mehr ran. Mhm. Ich hab mir noch nicht mal angefangen, offiziell. Nee. Nee. Ach so, ja. Letztes Jahr, wo Papa Mario Mandic hatte und so. Oder in... Nee, in... 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 Ja, mach mal noch. Mach doch den Lübden noch. Ja, mach doch. Mach doch den Lübden noch mal. Mhm, ich hab mir noch mal. Ja, mach doch. Choco. Ja, mach doch. Mach doch doch die Hände, nehm. Das ist ja das soll. Das soll... Und die cables nicht mehr, mach doch. Ja, mach doch.